Speziell in volatilen und unsicheren Zeiten wie einer Pandemie wird deutlich, wie wichtig stabile und verlässliche Unternehmen für ein Land sind. Die BMW Group engagiert sich seit 45 Jahren nachhaltig in Österreich. Wir sichern über 5100 Arbeitsplätze in Österreich und investieren auch in Krisenzeiten Millionen von Euro in die heimische Wirtschaft. Und das ist zweifellos gut für Österreich.